Bereits zum 18. Mal wurde der Tourismuspreis Niederösterreich vergeben, um Menschen für ihre Verdienste rund um die Tourismus- und Freizeitwirtschaft zu würdigen. Veranstaltungsort in diesem Jahr war das prunkvolle Ambiente des Kongresscasino Baden. Vor rund 150 geladenen Gästen wurde die Auszeichnung in den Kategorien Wirtschaft, Medien und Produkt- und Dienstleistungsinnovation an Persönlichkeiten vergeben, die für touristische Akzente im Land Niederösterreich sorgen. Die Tourismuspreise werden heuer zum 18. Mal vergeben. Das heißt, viele Persönlichkeiten, die das Land geprägt haben, die den Tourismus im Land Niederösterreich geprägt haben. Und da ist es immer schön, natürlich Danke zu sagen und Sie vor dem Vorhang zu bitten. Sie haben es sich verdient und Sie sind ein toller Imagegewinn für das Land Niederösterreich. Prämiert wurden unter anderem die Familie Naringbauer für ihr Hotel Van Berger in Göstling an der Uebs im Mostviertel, das bereits in vierter Generation geführt wird. Eingebettet im Alpenvorland ist das Hotel bekannt für die regionale Küche und idealer Ausgangspunkt für alle Arten von Sommer- und Winteraktivitäten. Wir haben nicht damit gerechnet und ich freue mich sehr über diesen Preis. Es ist eine tolle Auszeichnung und ich glaube, es ist auch gut für die gesamte Region. Wir haben so ein Potenzial und das muss man auch herzeigen dürfen. Auch Johann und Rosemarie Neuwiesinger aus Amschlag im Waldviertel dürfen sich über den Tourismuspreis Niederösterreich freuen. Seit rund 25 Jahren dreht sich in dem kleinen Dorf alles rund um eine zarte Blume. Die Rede ist vom Waldviertler Graumohn, der beim Mohnwirt Neuwiesinger nicht nur im kulinarischen Angebot aufscheint. Vom Mohn-Express bis hin zum Mohnbauernladen. Das Mohn-Dorf ist mittlerweile Pilgerstätte für tausende Besucher im Jahr. Seit 25 Jahren verfolgen wir diese Idee mit diesem Waldviertler Graumohn, haben das wirklich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und weiterverfolgt. Und ich glaube, dass die ganze Region davon profitiert hat. Am Anfang natürlich mit einer gewissen Skepsis, aber jetzt ist es wirklich so, dass eine Wertschöpfung in die Region kommt, die uns wirklich sehr, sehr zugutekommt und das Waldviertel unter anderem sehr belebt. Der Preis in der Kategorie Medien wurde heuer an Schauspieler und Kabarettist Erwin Steinhauer verliehen, der die von Alfred Komarek entworfene Romanfigur Inspektor Polt mit Leben gefüllt hat und als Botschafter für das genussvolle Weinviertel gilt. Das ist eigentlich die kulinarischste Auszeichnung, die ich jemals bekommen habe. Ich habe auch schon für diverse Gebrechen Auszeichnungen bekommen, wie zum Beispiel den Brillen Award für meine lebenslange Kurzsichtigkeit. Jetzt werde ich wahrscheinlich für meinen lebenslangen Durst ausgezeichnet. Den Ehrenpreis verliehen bekam in diesem Jahr der ehemalige Präsident des österreichischen Weinbauverbandes Josef Pleil, der die heimische Wein- und Tourismuswirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich geprägt und gefördert hat. Vom gepflegten Vier-Sterne-Hotel am Fuße des Hochkaus, einer bahnbrechenden Idee rund um den Waldviertler Graumohn, bis hin zu einer schauspielerischen Darbietung mit starkem Bezug zum genussvollen Weinviertel. Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger zeigen, welche Vielfalt Niederösterreich zu bieten hat.